In einer Zeit, in der die Führer der Kirche genauso viel Macht besaßen wie die Götter, erdreistet ihr euch, das wohldurchdachte Urteil des Heiligen Vaters zu verhöhnen, verführte er eine Königin. Ihr wisst, Frauen zu nehmen, Cullon. Und so wie Gott mir meinen Traum erfüllt, tue ich alles euch euren zu erfüllen. Und kommandierte eine Mannschaft aus Mördern und Dienen. Wie bekommt ein Sträfling den Rest seines Geldes vom Rufe Portugals? Auf der gefährlichsten Reise, die je unternommen wurde. Da Gott gerecht ist, nehme ich an, dass er nie mehr zurückkehrt. Verschwörung und Hass mussten überwunden werden. Meuterei! Meuterei ist mit dem Tode zu bestrafen! Erst dann wurde er mit einer atemberaubenden Entdeckung belohnt. Das Abenteuer eines Jahrhunderts, mit dem die Weltgeschichte neu beginnt. Christopher Columbus, der Entdecker.